um den menschen frieden zu bringen braucht kerl stahl nicht mitleid ihr brachtet keinen frieden ihr begann einen krieg aber wunderbar hat er jetzt ein anderes ne hat er nicht dann ist gut mit dem Ufer kann ich halbwegs umgehen das ist ja auch Batman Alter also Wonder Woman nehmen wir ja gerade richtig auseinander der hat ja gar keine Chance bereit den kopf zu verlieren abwarten das war klar dass die ganzen Balken nutzt die wir gar keinen nutzen sollen es war eh egal mich graust es nur ein bisschen von dem Kampf gegen Superman der tatsächlich ähnlich wird wie der gegen Brainiac schau dass es keine alternativen Ultimates gibt irgendwie ja wie in Mortal Kombat wo man auch verschiedene Fatalities hat und Brutalities und Beastalities und was es im Laufe der Reihe alles gab sie haben Kara getötet ihr Schweine ja ich höre ja schon auf damit zu kämpfen fühlte sich wie früher an ich schätze wir wussten beide dass es so enden würde weißt du noch die Nacht als du mir sagtest Lois wäre schwanger du wusstest es noch bevor ich etwas sagte ist eine schöne Erinnerung aus einem anderen Leben ich vermisse uns von damals ich auch und jetzt mein Freund ich gebe nie auf oh bitte mach den Kampf nicht zu frustrierend jetzt hier das geht schon gut los das geht schon sehr gut los hier Alter jetzt hör doch mal auf Sackgesichtsdumme ja okay ihr bräuchte definitiv mehr als einen Anlauf das macht jetzt schon keinen Spaß mehr ich gehe nicht zurück und dabei ist er gar nicht so viel stärker als ich vom Schaden erneben wir uns nichts aber die Aggressivität eben gerade in der Aktion die war natürlich enorm ja so drauf müssen wir mal ein bisschen aufpassen obwohl ja vielleicht schaffe ich es doch um äh ich sollte ne ich sollte über mich den Tag vor dem Abend rum noch habe ich gar nichts geschafft hier okay wenn der durchgeht haben wir ihn wenn nicht hat er uns stimmt ich habe verloren ich bin tot beziehungsweise er kriegt seine ganze Gesundheit wieder ich habe dadurch natürlich jetzt mehr als genug Chancen um uns diesen letzten Schlag noch zu verpassen ja aber das ist bei weitem nicht so frustrierend wie die Scheiße die dieser mit Brainiac ab ich gebe nie auf das wäre schön gewesen wenn das geklappt hätte ach klar gib doch einfach auf du kannst eh nicht in den Auer winden jetzt will er es aber wissen hier die dumme Sauber so so Frieden wächst nicht aus Vergeltung oh hörst du jetzt mal auf mit der Scheiße ich verliere wieder nicht mehr zurück gib auf oder stirb ich gebe nie auf was hätte ich denn machen sollen das sind scheiß Konflikte ey alter ich hasse das dass er sich da nicht umdreht wenn ich über ihn rüberspringe oder nicht gleich umdreht oder sich ganz ständig daneben schlagern geht doch von 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 Es konnte nur so enden. Ist er? Er ist nur bewusstlos. Tut mir leid, Clara. Was? Ich konnte ihn nicht retten. Clara, es ist jetzt sicher. Sogar ohne meine Kräfte kann mich die Phantomzone nicht halten. Ich komme zurück. Wir sind bereit. Ja, ich will nicht. Ich wünschte... Wir waren eine Familie, Clara. Sind wir noch immer. Eines Tages erkennst du es. Alles in Ordnung? Nein. Das Symbol gab den Menschen Hoffnung. Jetzt fürchten Sie es. Seine Bedeutung hängt von der Person ab, die es trägt. Als Clark und ich die Justice League gründeten, haben wir die Menschen nicht regiert. Wir haben sie geschützt. Ganz einfach. Vielleicht könnte die Welt so ein Team wieder brauchen. Willkommen im inneren Kreis. Ich habe keine Ahnung, wer Miguel Parra ist, aber mein Beileid an seine Familie. Jetzt würde mich natürlich schon die andere Seite der Medaille interessieren. Jetzt müsste ich schon ganz gerne, was passiert wäre, wenn wir uns für Superman entschieden hätten. Er hätte wahrscheinlich sein Regime wieder aufgebaut. Aber das werde ich an einem anderen Tag herausfinden. Und auch wenn ich mich mit dieser Aussage jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen unbeliebt mache, das werde ich an einem anderen Tag herausfinden. Privat, ganz alleine, für mich im kleinen, stillen Kämmerlein. Denn wenn ihr das zweite Ende von Injustice 2 sehen wollt, wenn ihr wissen wollt, was passiert, wenn Superman den ultimativen Showdown am Ende dieses genialen Blockbusters gewinnt, dann müsst ihr entweder auf YouTube nach Videosammlungen zum Spiel suchen oder was meiner Meinung nach die bessere Lösung wäre, Ihr kauft euch das Spiel selber, spielt es selber und guckt euch das alternative Ende einfach selber an. Das sage ich nicht irgendwie aus Gehässigkeit oder sonst was. Ich möchte einfach, ich habe das immer nicht so gerne, selbst wenn es mehrere Enden gibt in einem Spiel. Ich mache im Let's Play, ich mache ein Ende, eins, das meiner Meinung nach passt oder mit dem ich dann leben kann. Und dann ist gut und dann belasse ich es dabei. Ich mache das ungern, dass ich dann quasi immer die Zeit zurückspule, das Schicksal verändere und dann die anderen Enden nochmal zeige, außer bei irgendwas, wo es sich wirklich anbietet. Und das ist hier meiner Meinung nach definitiv nicht so. Die Geschichte ist so zu Ende, wie sie jetzt erzählt wurde. Das ist der Abschluss für uns, beziehungsweise für mich hier auf dem Kanal. Und dabei belasse ich es auch. Ich will euch damit nicht ärgern. Es fühlt sich einfach vollständig an, auch wenn ein Teil des Spiels fehlt. Und ich hoffe einfach mal, dass ihr mit dieser Entscheidung meinerseits leben könnt. War auf jeden Fall eine sehr geile Erfahrung. Hat mir ehrlich gesagt insgesamt, nachdem ich dann erstmal so ein ganz kleines bisschen in die Steuerung, in das Gameplay auch reingekommen bin, hat mir Injustice 2 tatsächlich besser gefallen als der erste Teil. Und ich fand die Story vom ersten Teil schon cool. Ich bin halt echt gespannt, ob es irgendwann dann doch nochmal ein Injustice 3 geben wird. Ich meine, eigentlich die Geschichte ist zu Ende. Man kann nicht mehr großartig was machen, ohne jetzt die gleichen Themen nochmal wieder aufzukauen und quasi alles auf Anfang zu setzen und nochmal wieder die gleiche Geschichte zu erzählen. Das muss ja nicht sein. Aber so ein Prügelspiel im DC-Universum. Ich meine, wir hatten ja auch schon DC Universe vs. Mortal Kombat auch als Let's Play hier auf dem Kanal. Das war ja auch ganz nett. Einfach ein Prügelspiel im DC-Universum mit einer genialen Story. Vielleicht irgendwas, nachdem wir ja jetzt den Kampf gegen Superman hatten mit Lex Luthor involviert. Wir hatten jetzt den Kampf gegen Brainiac. Vielleicht das nächste Mal irgendwas in Richtung Apokolis und Darkseid oder so. Nicht unbedingt im Injustice-Stil, dass die Helden sich wieder gegenseitig prügeln, sondern einfach Helden gegen Bösewichte oder irgendwas. Wäre ich dabei, würde ich mir auf jeden Fall kaufen. Würde ich auch wieder als Let's Play hier auf dem Kanal bringen. Ansonsten muss ich mal gucken, wie es auf dem Kanal weitergeht. Es gibt, wie gesagt, es gibt so einige Super-Helden-Geschichten, die ich ganz gerne in absehbarer Zeit bringen würde. Batman Staffel 2, Guardians of the Galaxy Staffel 1 stehen auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste. Ich kann aber nicht garantieren, dass es jetzt damit weitergeht oder wann das dann hier irgendwann kommt. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich hier sitze und das aufnehme, wo hier gerade der Abspann über meinen Bildschirm flimmert, da habe ich mich tatsächlich noch nicht mal entschieden, wann ich dieses Let's Play hier auf dem Kanal überhaupt bringe. Ich habe einfach das Spiel gekauft. Ich habe es jetzt spontan in einer Marathon-Aufnahme-Session habe ich es durchgesuchtet. Es hat mir super Spaß gemacht. Ich fand es einfach eine richtig tolle Erfahrung. Wann ich die mit euch teile, da muss ich noch mal gucken. Wenn ihr das jetzt hört, wie ich das sage, dann haben wir es ja offensichtlich dann auch. Dann hat das Spiel es auf dem Kanal geschafft und wir haben es gemeinsam erlebt und durchgespielt. Sind jetzt am Ende, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Vielleicht mit Telltale. Ich habe auch noch das ein oder andere Rollenspiel, was ich ganz gerne mit euch spielen würde, wo ich mich auch schon lange drauf freue. Ich habe das ein oder andere Strategiespiel, was ich gerne spielen würde. The Last of Us hatte ich versprochen im Evil Within 2 Let's Play, dass wir das spielen. Keine Ahnung, ob das zum jetzigen Zeitpunkt schon auf dem Kanal läuft oder ob das vielleicht dann das nächste Projekt hier ist. Jetzt, wo ich jetzt hier gerade sitze, ich warte auch immer noch auf Call of Cthulhu. Angeblich, also laut Internet, ist der Erscheinungstermin der 31. Dezember des Jahres 2017. Ich habe aber auch schon Artikel gelesen, wo es hieß, es verzögert sich, es kommt erst irgendwann 2018 raus. Also irgendwie weiß keiner so recht, wann dieses Spiel denn jetzt tatsächlich erscheinen soll. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht steht es ja schon auf dem Kanal, vielleicht läuft es schon, vielleicht auch noch nicht. Vielleicht weiß man jetzt inzwischen auch schon Näheres zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge dann für euch hier auch tatsächlich veröffentlicht wird. Keine Ahnung, das wird die Zeit alles zeigen. Ich möchte diese Gelegenheit jetzt hier auf jeden Fall nochmal nutzen, um nochmal zu sagen, danke Leute, danke für eure Unterstützung. Danke, dass ihr immer ganz fleißig meine Videos guckt. Danke, dass ihr auch den einen oder anderen Kommentar hinterlasst. Ich freue mich immer sehr, wenn ich in irgendeiner Art und Weise hier von euch höre, ja, ich finde euch toll. Mir macht das Spaß, diese Let's Plays aufzunehmen. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß, diese Let's Plays zu gucken. Obwohl, wenn es euch keinen Spaß machen würde, wenn es euch nicht gefallen würde, dann wärt ihr zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich schon gar nicht mehr hier. Daher setze ich das jetzt einfach mal voraus, dass dieser Spaß, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dass das hier auf Gegenseitigkeit beruht. Ich wollte nochmal sagen, ich finde das klasse, dass ihr hier seid. Ich, ja, ich bin euch einfach sowas von dankbar und ich hoffe, dass wir noch ganz, ganz viele wunderbare Geschichten, ganz, ganz viele super tolle und geniale Spiele hier auf dem Kanal gemeinsam erleben. Ich würde mich da sehr drüber freuen und habe ich auch schon mehrfach gesagt und möchte ich jetzt hier an dieser Stelle nochmal wiederholen, ich bin jederzeit für irgendwelche Projektvorschläge offen. Ihr habt ein Spiel, von dem ihr denkt, das wäre was für mich. Ihr habt ein Spiel, das ihr unbedingt als Let's Play hier auf dem Kanal sehen wollt. Kein Problem, schickt mir eine Privatnachricht, teilt mir das irgendwie mit, schreibt es in die Comments, wie auch immer, ich bin für alles offen. Ich werde alles, was ihr vorschlagt, alles, was ihr irgendwie schreibt, ich werde es mir auf jeden Fall angucken und da schon mein Möglichstes tun. Ich bin der Rio, ich klinke mich an dieser Stelle aus, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es denn dann hier auf dem Kanal wieder heißt. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erst einmal eine gute Nacht. Geht! Gute! 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 Untertitelung des ZDF, 2020